Leute, was geht ab? Hier ist es, dass wir jetzt die Welt zeigen mit meinem Video. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so langsam leise rede. Mein Cousin Ebo, der ist da drin. Ich stelle die Kamera auf. Wie ihr schon lesen könnt, weiß kein. Nur nicht mit Rasier-Samm, sondern mit Shampoo. Ich werde jetzt gleich in die Hände. Wir rufen Ebo, komm mal jetzt. Mal richtig in die Fresse. Ich verstecke eben die Kamera. Bitte, kann ich. Das ist super leid, die Kamera. Ich mache schon die Kamera auf. Ich rufe immer. Ich rufe immer. Ebo, komm mal eben. Ich brauche deine Hilfe. Ich rufe immer. Ich rufe immer. Ich rufe immer. nicht mehr. Frank hat geklappt. Warte, ich helfe dir. Was ist das? Shampoo. Das nennt man Facecam. Wieso Shampoo? Eigentlich musst du das aus dir schauen sein. Oder sagen wir mal. Boah, deine Kreide, Mann. Tu mal deinen Kopf da runter, Junge. Warte. Komm, du musst hier, hier habe ich dir reingestappt. Jetzt Kopf unter Wasser, Kopf unter Wasser. Kopf unter Wasser, richtig. Hey, Leute. Komm mal hier zur Seite. Ich habe keinen Bock, Alter. Wieso machst du das? Weil ich Bock hab. Ey, du hast es mehr getan. Nein, ich schwöre, ich habe schon abgewaschen. Warte, du. Ich habe keinen Tuch. Alter, es ist gut. Jetzt komm hier noch an der Seite so. Was? Das Sein? Genau, es ist noch mehr. Nein, ich schwöre auf mein Leben ein. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Wird dieses Frack. Und abonnieren nicht vergessen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Zweiter Shike.